Wedge, wir vermuten, dass sich eine imperiale Anlage im Asteroidenfeld versteckt. Suchen Sie nach Schildprojektoren. Seien Sie vorsichtig, Wedge, die Imperialen wollen vermutlich keine Besucher. Keine Sorge, General, wir werden nicht lange bleiben. Bist du sicher, wir finden in diesem Geröllhaufen etwas? Was? Hört mit dem Geprapper auf. Haltet die Augen offen. Commander, meine Sensoren registrieren etwas Seltsames. Könnte von den Imperialen sein. Bleibt auf der Hut und haltet die Augen nach Jägern offen. Verstanden, Commander. Rebellenabschaum, wir wissen, dass du da draußen bist. Achtung, Rebellenpilot. Er gibt nicht. Dann lassen wir Milde walten. Wir haben eine Art Energiefeld entdeckt. Es sieht so aus, als ob die Projektoren miteinander gekoppelt sind. Wir können ein Loch in den Schild machen, wenn wir einige Projektoren ausschalten. Vielleicht sollte ich es mit den Ionkanonen versuchen. Verde, die Nur noch zwei. Nur noch einer. General Rican, hier Commander. Sind Sie durchgekommen? Ja, Sir. Wir sind auf dem Weg in die Einrichtung. Die Einrichtung von der Oberfläche und Schütze vor dem Gefängnisgebäude. Wenn ihr die Wachtürme ausschalten könnt, können wir euch helfen. Vetch, wir senden Zielinformationen an euch. Rookstaffel, wir brauchen Hilfe. Beeilt euch und zerstört diese Wachtürme. Zerstört diese Geschütze. Bin dabei, Commander. Nur noch zwei. Nur noch einer. Wir haben die anderen Gefangenen befreit. Captain Antilles, wir sind so froh, dass Sie hier sind. Wir müssen an die Waffen kommen. Dazu müsst ihr die Wachtürme rund um das Waffenlager zerstören. Vetch, wir senden Zielinformationen an euch. Zerstört diese Geschütze. Wird gemacht. Wir werden hier überrannt. Nur noch einer. Wir sind verwartet und zu allem bereit. Versucht die Relaisstationen zu zerstören. Die Zeit ist entscheidend, denn die Sternzerstörer kommen bald wieder zurück. Rooks drei und vier, folgt mir. Verstanden, Commander. Verfolgt die Jäger. Nehme Kurs auf die Jäger. Nehme Kurs auf die Jäger. Nur noch einer. Gut, alle Relaisstationen sind zerstört. Wir brauchen den Zugang zum Hangar. Neutralisiert die imperialen Truppen, die den Hangar verteidigen. Rooks drei und vier, folgt mir. Alles klar, Chef. Verfolgt die Jäger. Verstanden, Commander. Verstanden, Commander. Nehme Kurs auf die Jäger. Das ist zum Hangar. Grey Chattel ist ein blah, was Sie nehmen den Labor coded. Nachher. Ver擊 den Immer. Höanteanie. Ja. Geist, Geld. Schrank. Vereilt euch und zerstört diese Wachtürme. Nur noch einer. Wir sind fast durch. Haltet sie uns nur ein bisschen länger vom Hals. Verfolgt die Jäger. Nehme Kurs auf die Jäger. Rook stoppt. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen die Gefangenen schützen. Rook stoppt. 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 Rook stoppt.